Anscheinend hat Angelina Jolie ihre Rolle als böse Fee im neuen Disney-Film Maleficent so sehr genossen, dass sie die Filmmode nun auch mit Kindern teilen will. Die 38-jährige Schauspielerin teilt sich mit Modedesignerin Stella McCartney zusammen, um eine Fantasy-Modelinie für Kinder zu entwerfen, Maleficent for Kids. Schon früher hatte Stella McCartney Fantasy-Outfits für Kinder von 4 bis 14 Jahren kreiert. Der Film Maleficent, die dunkle Fee, beruht auf dem Märchen Dornröschen und wird am 29. Mai in die Kinos kommen. Und es sieht fast so aus, als könnte die Premiere dann von lauter kleinen Nachwuchsfeen besucht werden.